So, hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Jogler66 und ich bin jetzt hier für den zweiten Teil zu lesen von dem, was ich gerade angefangen hatte, wo ihr ja die eine Stunde gehört hattet, der Tod des Kindes und wir sind in dem Teil, das Kind wird zum Gott erhoben, im zweiten Kapitel des Buches von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Warum? Ich wiederhole nochmal eben den letzten Satz, mit dem wir gerade aufgehört haben und gehe dann weiter, um den Rest des Kapitels vorzulesen für heute. Das geheime System der Mysterien und das ist am Anfang von Seite 68. Nun macht es ungemein einfach, die Sinne der Eingeweihten mit Hilfe zahlreicher Kniffe und Kunstgriffe der Zauberei zu beeindrucken. Zauberei, wie wir das heute nennen, Hologramme, Project Bluebeam, Harp, Gedankenbeeinflussung und so weiter, die Sachen, die ich euch schon erzählt hatte. Ungeachtet all der Sorgfalt und der Vorsichtsmaßnahmen derer, die diese Einweihungen leiteten, ist genug durchgesickert, um uns einen sehr klaren Einblick in ihren wahren Charakter zu geben. Es war alles so erdacht, dass die Gemüter der Neulinge bis auf den höchsten Gipfel der Erregung gebracht wurden, sodass sie, nachdem sie sich bedingungslos den Priestern übergeben hatten, darauf vorbereitet waren, alles anzunehmen. Alles, man fragt selbst gar nicht mehr. Nachdem die Einweihungskandidaten die Beichte abgelegt und die erforderlichen Eide geleistet hatten, zeigten sich ihnen seltsame und verblüffende Dinge. So Wilkinson. In einer Weise offenbart, die höchst geeignet war, ihre Gefühle zu besänftigen und ihre blinde Zuneigung in Anspruch zu nehmen. Einen Bericht über eine solche Offenbarung liefert uns ein früher Heide. Zwar vorsichtig, aber doch in einer Weise, die das Wesen des Geheimnisses der Zauberei offenbart, durch das ein solch offensichtliches Wunder vollbracht wurde. Zitat Diese Aussage lässt keinen Zweifel, lässt keinem Zweifel darüber Raum, dass die hier verwendete Zauberkunst keine andere war als die, welche jetzt in der modernen Phantasmagorie verwendet wird. Was ist denn Phantasmagorie? Das bedeutet Erscheinung, Gesicht, Halluzination, Hirngespinst, Phantom, Sinnestäuschung, Täuschung, Trugbild, Vision oder Wahn. Oder, jetzt sage ich es mal mit meinen eigenen Worten, um es deutlich auszudrücken, eine erste Form dessen, was die Jesuiten lehren mit ihren spirituellen Übungen von Ignatius Loyola. Phantasmagorie Solche oder ähnliche Mittel wurden in frühesten Zeiten dazu verwendet, in den geheimen Mysterien den Lebenden diejenigen vorzuführen, die tot waren. Oh oh, Necromancer, I hear you knocking. Geister oder Totenbeschwörer, etwas, was Gott absolut verurteilt. Aussagen aus der alten Geschichte über die Zeit der Semiramis beinhalten, dass diese Zauberritten zu genau diesem Zweck praktiziert wurden. Da müssen wir doch mal eben in eine Fußnote reinhören. Eine der Aussagen, auf die ich mich beziehe, ist in den folgenden Worten von Moses von Korene, Armenian History, enthalten. Es geht um die Antwort, die Semiramis den Freunden von Areos gibt, der durch sie im Kampf erschlagen wurde. Ich habe, sagt Semiramis, meinen Göttern Befehl gegeben, die Wunden des Areos zu lecken und ihn von den Toten aufzuerwecken. Die Götter, sagt sie, haben Areos geleckt und ihn ins Leben zurückgerufen. Wenn Semiramis wirklich tat, was sie ihrer Aussage nach tun wollte, wäre es ein Wunder gewesen. Die Wirkungen der Zauberei waren Scheinwunder. Und Justinus und Epiphanius zeigen auf, dass Scheinwunder genau zur Geburtsstunde des Götzendienstes aufkamen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie denen, die sie versöhnen wollte, eine solche Antwort gegeben hätte, wenn nicht das Scheinwunder, die Toten durch Zauberkünste aufzuerwecken, bereits in den Tagen der Semiramis bekanntermaßen praktiziert worden wäre. Denn wie hätte sie zum einen je auf eine solche Antwort kommen und zum anderen erwarten können, dass sie die beabsichtigte Wirkung haben würden, wenn es keinen allgemeinen Glauben an die Praktiken der Totenbeschwörung gab? In Ägypten mussten etwa um dieselbe Zeit solche Zauberkünste praktiziert worden sein, wenn man Maneto-Glauben schenken kann. Maneto sagt, so Josephus, dass er, der ältere Horus, der offensichtlich als menschlicher und sterblicher König bezeichnet wurde, zu dem Anblick der Götter zugelassen war und dass Amenophis dasselbe Vorrecht begehrte. Nun kommt hier ein Spruch in einer Schrift, die ich nicht lesen kann. Also, Punkt, 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 hieß es in den alten Manuskripten. Dieser angebliche Zutritt zum Anblick der Götter schließt offensichtlich den Gebrauch der Zauberkunst ein, auf die in diesem Text Bezug genommen wurde. Da die Zauberlaterne, na, das erinnert mich ja bald an die, wie nennt man das noch bei den Jesuiten, die Magic Lantern, die die Jesuiten eingeführt haben, woraus dann später das Kino und solche Sachen kam, Da die Zauberlaterne oder etwas ähnliches offenkundig zu späteren Zeiten zu einem solchen Zweck verwendet wurde, kann man berechtigterweise folgern, dass die gleichen oder ähnliche Mittel zu ältesten Zeiten verwendet wurden, um die gleichen Wirkungen hervorzubringen. In den Händen listiger, verschlagener Menschen war dies nun ein machtvolles Mittel, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen und der heiligen geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren, die sich immer noch nach dem System sehnten, das niedergeworfen worden war. Hallo, 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 muss ich das nochmal lesen, dass ihr das vollständig ordentlich versteht bitte? In den Händen listiger, verschlagener Menschen war dies nun ein machtvolles Mittel, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen und der heiligen geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren, die sich immer noch nach dem System sehnten, das niedergeworfen worden war. Also, was heißt denn das auf Deutsch? Dass in den Händen listiger, verschlagener Menschen dieses ein machtvolles Mittel war, um diejenigen zu beeinflussen, die für Beeinflussung offen stehen. Man muss für den Geist Satans auch offen stehen. Er öffnet den Geist für sich selber. Genau wie der heilige Geist Menschen ruft, so ruft der Geist Satans Menschen. Wenn man für Beeinflussung offen steht, und wie tut man das? Indem man sich beeinflussen lässt. Man lässt sich beeinflussen von irgendwelchen Zauberern, von irgendwelchen Phantasmagorien. Spirituelle Übungen, Ignatius Loyola, die wir heute im Fernsehen, in den Medien ständig mitmachen. Und wenn ich für solche Beeinflussung offen stehe, dann wird sich in mir ein Geist festigen, den ich eigentlich, also ich zumindest als Christ, nicht haben möchte. Da geht es drum. Weil sie der geistlichen Religion des lebendigen Gottes abgeneigt waren. Wer ist denn der lebendige Gott? Das ist der Gott der Bibel. Das ist Jesus Christus. Das ist unser Schöpfer im Himmel. Das ist der Geist des lebendigen Gottes. Und wenn ich dem abgeneigt bin, dann kommen andere Geister in mich. Und wenn ich schon mal von Dämonenbesetzung gehört, das sind keine Märchen. Das gibt es tatsächlich. Bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger. Ich spreche jetzt nicht über Dämonenaustreibung. Das ist alles, naja. Da können wir ein anderes Mal drauf eingehen, das geht jetzt zu weit. Aber man muss sich das mal echt hinter die Ohren schreiben. Man muss für die Beeinflussung offen stehen. Und dafür gewerken sie die Phantasmagorien, wo ich euch ja vorgelesen habe. Wo steht das für? Halluzination, Hörgespinst, Sinnestäuschung, Täuschung, Trugbildvision, spirituelle Übungen von Ignatius Loyola, die Jesuiten, die unsere ganze Welt der Ausbildung doch beherrschen. Das fängt doch schon in der Schule an. Also diejenigen, die Mysterien beherrschten, hatten Geheimnisse entdeckt, die bis dahin der Masse der Menschheit unbekannt waren. Und sie bewahrten sie solgfertig in ihrer eigenen ausschließlichen Obhut. Somit war es ihnen ein leichtes, ihnen einen scheinbaren Beweis dafür zu liefern, dass Tammuz, der getötet worden war und um den solche Wehklagen eingeführt worden waren, noch am Leben war und ihnen eine göttliche und himmlische Herrlichkeit umgab. Könnte etwas zu wunderbar oder unglaublich sein, um es zu glauben, was von den Lippen dessen kam, der sich so herrlich offenbarte, oder, was praktisch derselbe war, von den Lippen einiger unsichtbarer Priester, die in seinem Namen hinter den Kulissen sprachen? So war das ganze System der geheimen Mysterien Babylons darauf ausgelegt, einen toten Menschen zu verherrlichen. Das, meine lieben Zuhörer, ist die Basis des römischen Katholizismus. Beten zu Toten, Heiligen, in jede Kathedrale Totengebeine unter den Altar tun? Absoluter Totenkult. So war das ganze System der geheimen Mysterien Babylons darauf ausgelegt, einen toten Menschen zu verherrlichen. Und es war erst einmal die Verehrung eines toten Menschen eingeführt, folgte gewiss die Verehrung von vielen weiteren. Was macht man denn im Katholizismus heute? Man verehrt die ganzen Heiligen. Heiliger dies, Heiliger jenes, Heiliger sowas, Heiliger hast du nicht gesehen. Alles Tote, für die man dann auch noch eine Kerze anzündet. Junges, 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 Junges. Was hat das mit dem Christentum und dem Gott der Lebenden zu tun? Dies beleuchtet die Worte des 106. Psalms, mit welchen der Herr Israel wegen ihres Abfalls tadelte. Zitat Auf diese Weise wurde auch der Weg dafür bereitet, dass all die Gräuel und Verbrechen eingeführt wurden, deren Schauplatz die Mysterien wurden. Denn für diejenigen, die von Gott nichts mehr wissen wollten und sichtbare Gegenstände der Anbetung bevorzugten, Also diejenigen, die die Kreation dem Kreator, die die Schöpfung dem Schöpfer vorziehen, die zu den sinnlichen Gefühlen ihres fleischlichen Gemüts passten, konnte scheinbar nichts überzeugender sein, als mit ihren eigenen Ohren ein Gebot zu hören, das mitten in einer so herrlichen Offenbarung offensichtlich durch die Gottheit selbst gegeben wurde, die sie anbeteten. Der Plan, der so geschickt ausgearbeitet war, zeigte seine Wirkung. Semiramis erwarb durch ihren toten und zum Gott erhobenen Mann Ruhm. Und im Lauf der Zeit wurden sie beide unter den Namen Rea und Nin oder Muttergöttin und Sohn mit einer Begeisterung verehrt, die unglaublich war. Und ihre Statuen wurden überall aufgestellt und angebetet. Und wenn ihr euch heute in unserer Welt mal umschaut, findet man überall Maria-Statuen, die nichts anderes ist als Semiramis. Wo immer die Tatsache, dass Nimrod ein Schwarzer war, als Hindernis für seine Verehrung betrachtet wurde, wurde dieses sehr leicht beseitigt. Gemäß der chaldäischen Lehre der Seelenwanderung war es lediglich nötig zu lehren, dass Ninos in der Person eines nachgeborenen Sohnes mit heller Hautfarbe wiedererschienen war, der übernatürlich von seiner verwitweten Frau geboren wurde, nachdem der Vater ihn in die Herrlichkeit eingegangen war. Da das ausschweifende und zügellose Leben der Semiramis ihr viele Kinder bescherte, für die kein vorgeblicher Vater angeführt wurde, heiligte ein Vorwand wie dieser sofort die Sünde und machte es ihr möglich, den Gefühlen derer entgegenzukommen, die mit der wahren Anbetung Jahwes, also des Gottes der Bibel, unzufrieden waren und auch nicht gerne vor einer schwarzen Gottheit niederknieten. Was macht man also? Kompromisse! Das, was uns Ägypten über Babylon verrät, sowie die Form der vorhandenen Statuen des babylonischen Kindes in den Armen der Muttergöttin, liefern uns Grund genug zu glauben, dass genau dies geschah. In Ägypten wurde behauptet, der hellhäutige Horus, der Sohn des schwarzen Osiris, der der bevorzugte Gegenstand der Anbetung in den Armen der Göttin Isis war, sei auf wunderbare Weise infolge einer Verbindung zwischen dieser Göttin und Osiris nach seinem Tod geboren und tatsächlich eine neue Inkarnation dieses Gottes gewesen, um seinen Tod an seinen Mördern zu rächen. Es ist erstaunlich festzustellen, dass in so weit entfernten Ländern und von so vielen Millionen Menschen heute, die nie einen Schwarzen gesehen haben, ein schwarzer Gott angebetet wird. Wir werden später noch sehen, dass nahezu überall bei den zivilisierten Völkern der Nimrod Der Antike einen schlechten Ruf erhielt und von seiner ursprünglichen Vorrangstellung heruntergeholt wurde. Ausdrücklich ob deformitatem, aufgrund seiner Hässlichkeit. Dies sind die Worte des Gradus ad Parnassum, über die Ursache des Sturzes des Vulkanus, dessen Identität mit Nimrod in Kapitel 7 Abschnitt 1 aufgezeigt wird. Also, wir sind jetzt in Kapitel 2, dranbleiben ist die Devise. Da werden wir noch eine ganze Menge später drüber lernen. Auch in Babylon selbst wurde das nachgeborene Kind, das mit seinem Vater identisch war und all den Ruhm seines Vaters erbte, obwohl es mehr die Hautfarbe seiner Mutter hatte, schließlich das Lieblingsmodell des göttlichen Sohnes, der Madonna. Diesem Sohn, der so in seiner Mutter Arme verehrt wurde, schrieb man alle Eigenschaften des verheißenen Messias zu und gab ihm nahezu alle seine Namen. Wie Christus in der hebräischen Sprache des Alten Testaments Adonai, der Herr genannt wurde, nannte man Tammuz Adon oder Adonis. Adonai, Adonis, irgendjemand, bei dem eine Klingel läutet. Unter dem Namen Mithras wurde er als Mittler verehrt. Als Mittler und Haupt des Bundes der Gnade wurde er Baalberit genannt, Herr des Bundes. So wie wir in der Abbildung 24 sehen können und in Richter 8, also Kapitel 8, Vers 33 lesen können. Da aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Kinder Israel um und liefen dem Baalem nach und machten sich Baalberit zum Gott. So steht es geschrieben in Richter 8, Vers 33. In dieser Eigenschaft sieht man ihn auf persischen Monumenten, auf dem Regenbogen sitzen, dem bekannten Symbol des Bundes. Ich hoffe doch, dass ich euch diesen Bund nicht erklären muss, sondern dass ihr das versteht. Den Bund, den Gott geschlossen hat mit Noah und seiner Familie und der ganzen nachfolgenden Menschheit, nach der Sintflut, um zu sagen, ich setze einen Regenbogen in die Wolken und dieser soll ein Zeichen des Bundes sein, dass ich nie wieder die Erde mit Wasser überfluten werde. Ne, das nächste Gericht, das kommt, ist Feuer. In Indien wurde er, obwohl ein Gott unter dem Namen Vishnu, dem Erhalter oder Erretter der Menschen, als der große Opfermensch verehrt, der sich selbst als Opfer darbrachte, bevor es die Welten gab, weil es nichts anderes zu Opfern gab. Das klingt ja genau wie in der Bibel, das Lamm, das geschlachtet wurde, noch vor der Gründung der Welt. Die heiligen Schriften der Hindus lehren, dass dieses geheimnisvolle Opfer von jeglicher Schöpfung die Grundlage aller Opfer ist, die seitdem je dargebracht wurden. Man sagt, dass Vishnu bei der Ausübung seines Amtes als der heilende Gott die Dornen der drei Welten herauszieht. Dornen waren ein Symbol des Fluches, wie wir im Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 18 nachlesen können. Ist eine solche Aussage aus den heiligen Büchern einer heidnischen Mythologie verwunderlich? Seit die Sünde in die Welt kam, gab es nur einen Weg der Erlösung, und zwar durch das Blut des ewigen Bundes. Ein Weg, den von den Tagen des gerechten Abel an die ganze Menschheit einst kannte. Als Abel durch den Glauben Gott ein besseres Opfer als kein darbrachte, war die Ursache dafür, dass sein Opfer eben gut war, sein Glaube an das Blut des Lammes geschlachtet, nach dem Plane Gottes von Anbeginn der Welt, das zu gegebener Zeit tatsächlich auf Golgotha geopfert werden sollte. Weil die ganzen Opferungen, die wir aus dem zeremoniellen Gesetz Moses kennen, nur darauf hingewiesen haben, dass einmal Gott mit seinem Sohn das machen wird, was er von Abraham verlangt hat, dass dieser mit Isaac täte, was er aber nicht tat. Wenn Abel von dem Blut des Lammes wusste, weshalb sollten dann die Hindus nicht davon gewusst haben? Ein kleines Wort zeigt, dass selbst in Griechenland das Verdienst des Blutes Gottes einst bekannt war, obwohl dieses Verdienst in den Darstellungen seiner Dichte äußerst verdunkelt und herabgewürdigt war. Natürlich, man muss es ja unglaublich machen, sonst könnten die Leute ja die Wahrheit herausfinden. Dieses Wort lautet Ichor. Jeder Leser, der Heldensänger des klassischen Griechenland, weiß, dass Ichor der Begriff ist, der besonders auf das Blut einer Gottheit angewendet wird. Homer beschreibt es folgendermaßen. Zitat Und das ist in einer korrigierten Version von Parkhurst, die hier zitiert wird. Das Original steht im Ilias vom Homer, müsst ihr danach lesen. Hier lese ich jetzt die korrigierte Version von Parkhurst vor. Zitat Aus der schuldlosen Ader floss das unsterbliche Ichor, ein Strom wie aus dem verwundeten Gott geht hervor. Reine Ausströmung, unverdorbene Flut, ungleich unserem derben, kranken, irdischen Blut. Zitat Ende Was ist nun eigentlich die eigentliche Bedeutung des Begriffs Ichor? Im Griechischen hat er überhaupt keine etymologische Bedeutung. Für diejenigen, die genauso dämlich sind wie ich, ich musste erst mal das Wort etymologisch nachschauen, sprachgeschichtlich. Ja. Im Chaldeischen jedoch bedeutet Ichor das Kostbare. Ein solcher Name für das Blut einer Gottheit konnte nur einen Ursprung haben. Der Beweis ist auf den allerersten Blick erkennbar. Er kommt von der großen Überlieferung der Patriarchen, die Abel dazu brachte, nach dem kostbaren Blut Christi Ausschau zu halten. Dies war das kostbarste Geschenk, das die göttliche Liebe einer schuldigen Welt machen konnte. Und es zum einen das Blut des einzig wahren Opfermenschen, zum anderen wirklich und wahrhaftig das Blut Gottes, wie wir nachlesen können in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welcher euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Zitat Ende. Auch in Griechenland selbst war dies nicht völlig verloren gegangen, wenn auch die Lehre ziemlich verdreht wurde. Ja, wie das ja oftmals so ist. Kleine Bemerkung hierbei. Auch in Griechenland selbst war dies nicht völlig verloren gegangen, auch wenn die Lehre ziemlich verdreht wurde. Das ist eben genau das, was der Teufel macht. Die Wahrheit verdrehen. Aber ein perfektes Beispiel dafür, wie ich schon öfter hier erklärt habe, dass an der Basis jeder Lüge, jeder Irrlehre ein Körnchen Wahrheit liegt. Um diese Körner Stück für Stück aufzusammeln und die Lüge zu enttarnen, dafür lesen wir hier das Buch. Die Wahrheit basiert auf unwiderlegbaren Fakten, die die Lüge zu kaschieren versucht. Öffnet eure Augen und Ohren der Wahrheit, um die Lüge aufzudecken, die euch ein Leben lang eingetrichtert und indoktriniert wurde. Der Autor fährt fort. Sie war mit Unwahrheit und Fabel vermischt und blieb der Allgemeinheit verborgen. Und doch nahm sie in dem geheimen mystischen System notwendigerweise eine wichtige Stellung ein. Servius berichtet, das große Ziel der bachischen Orgien war die Reinigung der Seelen. Nun, da müssen wir nochmal eben zurückgehen auf Seite 32, das ich in einer früheren Lesung ja euch vorgelesen habe, weil über die Reinigung der Seelen lesen wir auf Seite 32, Zitat, Für den einfachen Leser deutet der Name Bacchus nicht viel mehr als Festlichkeiten und Trunkenheit an, aber es ist bekannt, dass inmitten all der Gräuel, die diese Orgien begleiteten, ihre große Absicht erklärtermaßen die Reinigung der Seelen war, und zwar von der Schuld und Beschmutzung der Sünde. Also Servius berichtet, das große Ziel der bachischen Orgien war die Reinigung der Seelen. Bei diesen Orgien wurde regelmäßig ein Tier zerrissen und sein Blut vergossen, zum Gedenken daran, dass das Lebensblut der großen Gottheit vergossen worden war, welcher bei den Orgien gedacht wurde. Konnte dieses symbolische Vergießen des Blutes jener Gottheit nicht mit der Reinigung von der Sünde zusammenhängen, die diese mystischen Riten bewirken sollten? Wir sahen, dass die Leiden des babylonischen Zoroastas und Belos ausdrücklich als freiwillig hingestellt wurden, denen sie sich zum Nutzen der Welt unterwarfen, und zwar in Zusammenhang mit dem Zermalmen des Kopfes der Schlange, was die Beseitigung der Sünde und des Fluches bedeutete. Siehe Genesis, 1. Buch Mose 3, 15 Wenn der griechische Bacchus nur eine andere Form der babylonischen Gottheit war? Dann muss er sich seinen Leiden und seinem Blutvergießen zu demselben Zweck unterzogen haben, nämlich zur Reinigung der Seelen. Wir wollen den bekannten Namen des Bacchus in Griechenland unter diesem Aspekt betrachten. Sein Name war Dionysos oder Dionysos. Was bedeutet dieser Name? Bislang hat er aller Interpretationen getrotzt. Aber befasst man sich damit im Hinblick auf die Sprache des Landes, aus welchem der Gott ursprünglich kam, wird die Bedeutung sehr klar. Dionysos bedeutet Sündenträger. So, und jetzt weise ich schon mal eben darauf hin, gleich folgt eine wirklich, wirklich lange, tiefgehende Erklärung über den Sündenträger. Inklusive einer Note aus dem Anhang im Nachtrag F einige Seiten lang. In drei Teilen habe ich das machen müssen, weil die Note so lang ist. Also habt bitte Geduld für mein Öffnen der verschiedenen Textnoten, wenn ich gleich ein bisschen nicht so zusammenhängend lese. Es hat mich eine ganze Menge Arbeit gekostet, das so zusammenzutragen. Dionysos bedeutet Sündenträger. Ein Name, der für den Charakter desjenigen völlig passend war, dessen Leiden als so geheimnisvoll dargestellt wurden und den man als den großen Reiniger der Seelen verehrte. So, dann gehen wir mal eben in die erste Fußnote. Der Ausdruck, der im zweiten Buch Mose, also Exodus, Kapitel 28, Vers 38 kommt. Zitat Auf der Stirn Aarons, dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung, und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Zitat Ende Wer sich Horus mit seinen Streifen ansieht, Diana mit den Verbänden um ihre Beine, wie wir in Seite 38 lesen können, Den symbolischen Stier der Perser, der in ähnlicher Weise umwickelt war, und sogar den formlosen Klotz der Tahitianer, der als Gott verwendet und mit Seilen verschnürt wurde, dürfte meiner Ansicht nach erkennen, dass hinter diesem Umwickeln ein wichtiges Geheimnis stecken muss. Also, der in Windeln gewickelte Stein heißt in der heiligen Sprache Eben-Hatul. Doch Eben-Hatul heißt auch Sünden-tragender Sohn. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass Eva, die Mutter der Menschheit, selbst tatsächlich den verheißenen Samen gebar, obwohl es auch viele Sagen in diese Richtung gibt, sondern dass sie die freudigen Nachrichten, nachdem sie sie selbst empfangen und angenommen hatte, ihrem Mann darbot, der sie im Glauben von ihr entgegennahm, und dass dies den Grundstein seiner eigenen Erlösung und der seiner Nachkommen legte. Das Verschlingen des gewickelten Steines durch Saturn ist nur der symbolische Ausdruck für die Begierde, mit der Adam im Glauben die gute Nachricht vom Samen der Frau annahm, denn die Glaubenshandlung wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament durch Essen symbolisiert. So sagte Jeremia in Jeremia 15, Vers 16, Zitat Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, Zitat Ende. Dies zeigt auch nachdrücklich unser Herr Jesus Christus selbst, der den Juden die unerlässliche Notwendigkeit vorhielt, sein Fleisch zu essen und sich von ihm zu nähren, und gleichzeitig sagte, Zitat, Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, Zitat Ende, wie wir in Johannes 6, Vers 63 lesen können. Dass Adam die gute Nachricht vom verheißenen Samen begierig aufnahm und sie in seinem Herzen als Leben seiner Seele verwahrte, geht aus dem Namen hervor, den er seiner Frau gab, unmittelbar nachdem er ihre Worte gehört hatte. Zitat Die Geschichte vom gewickelten Stein endet nicht damit, dass er heruntergeschluckt und das Verderben der Kinder Saturns aufgehalten wurde. Es wird gesagt, dieser gewickelte Stein wurde nahe des Tempels zu Delphi aufbewahrt. Wo man Sorgfalt anwendete, ihn täglich mit Öl zu salben und mit Wolle zu bedecken. Wenn dieser Stein den sündentragenden Sohn symbolisierte, symbolisierte er natürlich auch das Lamm Gottes, das geschlachtet ist von Anfang der Welt, an dessen symbolische Decke unseren ersten Eltern angelegt wurde, als sie Gott in Röcke von Fellen kleidete. Daher musste er, wenn er auch für das Auge als Stein dargestellt wurde, die entsprechende Decke aus Wolle haben. Wurde er als Zweig dargestellt, als Zweig Gottes wurde der Zweig auch in Wolle eingewickelt. Das tägliche Salben mit Öl ist sehr bedeutsam. Wenn der Stein den sündentragenden Sohn darstellte, was konnte dann das tägliche Salben dieses sündentragenden Sohnes mit Öl anderes sein, als ein Hinweis auf den Gesalbten des Herrn, den Messias, den die Götzenanbeter im Gegensatz zum wahren Messias anbeteten, dennoch offenbart werden sollte? Einer der Namen für diese gewickelten und gesalbten Stein beschäftigt, sehr eindrucksvoll, obige Schlussfolgerung. Dieser Name lautet Baitoulos. Wir finden ihn bei Prisian, der von jenem Stein, den Saturn für Jupiter verschlungen haben soll, spricht und hinzufügt, Quem Grazie Baiton Vokant, den die Griechen Baitoulos nannten. Baitoulos von Tli, Tle oder Tlo, Enfant, Puer und Hia oder Haya, Leben. Leben wiederherstellen. Von Hia, Leben, mit vorangestellten Digamma kommt das griechische Jok, Leben. Dass Hia bei der Übernahme ins griechische auch Haya ausgesprochen wurde, wird bewiesen durch das Substantiv Hiem, Leben, H-I-M, ausgesprochen. Also H-A-Y-Y-I-M, H-I-I-M. Dass sich im griechischen Aima Blut wiederfindet. So ist bewiesen, auch wenn es nicht ganz so leicht zu verstehen ist, dass das mosaische Prinzip, das Blut war das Leben, neben den Juden auch bei anderen bekannt war. Aus Haya, Leben oder Leben wiederherstellen, wird mit vorangestelltem Digamma, Behaia. Und so bedeutete in Ägypten Bei, Seele oder Geist, was das Lebensprinzip ist. Be-Haitoulos ist dann das Leben wiederherstellende Kind. Für naja, ist derselbe Gott. Bei-Tou-Loh bedeutet Leben wiederherstellendes Kind. Der Vater der Götter und Menschen hatte seine Kinder durch Essen getötet. Doch das Entgegennehmen des gewickelten Steins brachte ihnen das Leben wieder. Daher der Name Bei-Tou-Lohs. Und diese Bedeutung des Namens stimmt völlig mit dem überein, was bei St. Quignaton über die Bei-Tou-Lohia gesagt wird, die durch den phönizischen Gott Uranus gemacht wurden. Der Gott Uranus war derjenige, der bei-Tou-Lohia ersann, indem er Steine erfand, die sich bewegten, als hätten sie Leben. Wenn der Stein Bei-Toulos das Leben wiederherstellende Kind darstellte, war es nur natürlich, dass dieser Stein, wenn möglich, so gemacht wurde, dass es schien, als habe er Leben in sich selbst. Nun, es besteht eine große Analogie zwischen diesem gewickelten Stein, der den sündentragenden Sohn darstellte, und jenem von Ovid erwähnten Olenos. Über den sprechen wir ja immer noch, dem Sündenträger. Der Schuld auf sich nahm, die ihm nicht gehörte, und infolgedessen zu einem Stein verwandelt wurde. Es wurde bereits gesagt, dass Olenos nach seiner Verwandlung in einen Stein in Phrygien auf dem heiligen Berg von Ida aufgestellt wurde. Wir haben allen Grund zu glauben, dass der Stein, der so viel für die Kinder Saturns getan haben soll und neben dem Tempel zu Delphi aufgestellt wurde, auch nur eine Darstellung desselben Olenos war. Olen war der erste Prophet zu Delphi, der den ersten Tempel dort gründete. Da die Propheten und Priester im Allgemeinen die Namen der Götter trugen, die sie repräsentierten, Hesekius berichtet ausdrücklich, dass der Priester, der den großen Gott mit dem Namen Zweig in den Mysterien repräsentierte, selbst Bacchus genannt wurde, deutet dies auf einen der alten Namen des Gottes zu Delphi hin. Wenn es also einen heiligen Stein auf dem Berg Ida gab, der Stein des Olenos hieß, und einen heiligen Stein im Bezirk des Tempels zu Delphi, den Olen gründete, kann es dann einen Zweifel daran geben, dass der heilige Stein von Delphi dasselbe repräsentierte wie der heilige Stein von Ida? Nun, der in Delphi aufgestellte, gewickelte Stein wird von Priscian an bereits zitierter Stelle ausdrücklich ein Gott genannt. Dieser als der ideische Olenos identifizierte Gott, der symbolisch göttlich gesalbt und gefeiert wurde, weil er den Kindern Saturns, des Vaters der Götter und Menschen, das Leben wiedergebracht hatte, wurde nachgewiesenermaßen als der angesehen, der genau die Stellung des Messias, des großen Sündenträgers einnahm, der kam, um die Sünden der Menschen zu tragen, der ihre Stelle einnahm und an ihrer Stelle statt litt. Denn wie bereits gesagt, nahm Olenos freiwillig Schuld auf sich, von der er persönlich frei war. Während wir also feststellen konnten, wie viel vom Glauben der Patriarchen unter den mystischen Symbolen des Heidentums verborgen war, muss doch noch ein Umstand hinsichtlich des gewickelten Steins betrachtet werden, der zeigt, wie das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in Rom zustande brachte, diesen gewickelten Stein des Heidentums, die sogenannte christliche Symbolik, einzuführen. Der bei Toulos, der gewickelte Stein war, Punkt, 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 das kann ich nicht lesen, diese Schrift hier, ein runder oder kugelförmiger Stein. Jetzt wird es aber wirklich interessant, passt auf. Diesen kugelförmigen Stein wird häufig umwickelt und verbunden, bald mit mehr, bald mit weniger Verbandstoff. In Bryant, dritter Band, Seite 246, wo die Königin Kibele als spes divina, als göttliche Hoffnung dargestellt wird, können wir sehen, wie der Grund dieser göttlichen Hoffnung durch den gewickelten Stein in ihrer rechten Hand der Welt gereicht wird, der mit vier verschiedenen Streifen verbunden ist. In Davids Antiketes Etrusk, Band 4, Tafel 27, stoßen wir auf eine Göttin mit der Büchse Pandoras, der Quelle allen Übels, in ihrer ausgestreckten Hand, von der die gewickelte Kugel herabhängt. In diesem Fall hat diese Kugel nur zwei Streifen, von denen der eine den anderen kreuzt. Und was ist diese verbundene Kugel des Heidentums anderes, als einfach das Gegenstück zu jener Kugel, um die ein Band gebunden ist und auf der sich das mystische Tau, das Kreuz, befindet? Die Herrschaftsmodell genannt wird und häufig, wie in der Abbildung, die ich jetzt hier einblende, Abbildung 60 gezeigt wird, in den Händen der lästerlichen Gott-Vater-Darstellung zu sehen ist. Dem Leser muss an dieser Stelle nicht gesagt werden, dass das Kreuz das auserwählte Zeichen und Merkmal jenes Gottes ist, für den der gewickelte Stein stand, und dass bei der Geburt jenes Gottes gesagt wurde, der Herr der ganzen Erde ist geboren. Da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch Übertretung verloren hatte, darf man sich nicht darüber wundern, dass es von diesen geweihten Steinen zwar heißt, einige wurden Jupiter, andere der Sonne geweiht, jedoch wurden sie insbesondere als dem Saturn heilig betrachtet, dem Vater der Götter. Infolgedessen legte Rom den runden Stein in die Hand der Statue, die den entweiten Namen Gott-Vaters trägt, und ausgehend von dieser Quelle wurde die verbundene Kugel gekrönt mit dem Merkmal des Tammus, zum Herrschaftssymbol im gesamten päpstlichen Europa. Am interessantesten fand ich gerade hier die Aussage, da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch Vertretung verloren hatte, darf man sich nicht wundern und so weiter und so weiter. Also Saturn, damit ist ja Adam gemeint, der die Herrschaft über die Erde verloren hatte, dadurch, dass er eben diesen Apfel biss. Aber hier wird tatsächlich Saturn oder Adam als Gott dargestellt. Tja, und da fängt doch der Abfall schon an. Da der durch den gewickelten Stein symbolisierte Gott nicht nur den Kindern Saturns das Leben zurückbrachte, sondern auch dem Saturn die Herrschaft über die Erde, die er durch die Übertretung verloren hatte, darf man sich nicht darüber wundern, dass es von diesen geweihten Steinen zwar heißt, einige werden Jupiter, andere der Sonne geweiht, jedoch wurden sie insbesondere als dem Saturn heilig betrachtet, dem Vater der Götter. Adam ist doch nicht der Vater der Götter. Für einen Christen. So, das war ein ziemlicher Ausflug gerade eben. Deswegen fahren wir jetzt eben nochmal fort. Das ging ja über den Olenos, also den Reiniger der Seelen. Dieser babylonische Gott nun, der in Griechenland als der Sündenträger und in Indien als der Opfermensch bekannt war, war für die Buddhisten des Ostens, in deren System die ursprünglichen Elemente eindeutig babylonisch sind, im Allgemeinen der Erlöser der Welt. Es war schon immer ausreichend bekannt, dass die Griechen gelegentlich den höchsten Gott unter dem Titel Zeus, der Erlöser, anbeteten. Aber dieser Titel sollte sich nur auf die Befreiung im Kampf oder eine ähnlich zeitliche Befreiung beziehen. Wenn man aber weiß, dass Zeus, der Erlöser, nur ein Titel von Dionysus war, des sündentragenden Bacchus, erscheint seine Eigenschaft als Erlöser in einem ganz anderen Licht. In Ägypten wurde der chaldäische Gott als der große Gott der Liebe und Anbetung gepriesen, als der Gott, durch den Güte und Wahrheit der Menschen offenbart wurden. Er wurde als der auserwählte Erbe aller Dinge betrachtet. Und am Tage seiner Geburt, so glaubte man, wurde eine Stimme vernommen, die verkündete, der Herr der ganzen Erde ist geboren. In dieser Eigenschaft wurde er König der Könige und Herr der Herren genannt, der er als ein verklärter Vertreter dieses Helden Gottes auch war. Wer nennt sich denn heute auf unserer Erde der König der Könige und der Herr der Herren, King of Kings and Lord of Lords, der Pontifex Maximus, der Antichrist der Bibel, der Papst. In dieser Eigenschaft wurde er als König der Könige und Herr der Herren genannt, der er als ein erklärter Vertreter dieses Helden Gottes auch war. Und so veranlasste die berühmte Sesostris, dass eben dieser Titel seinem Namen auf den Denkmälern hinzugefügt wurde, die er errichtete, um den Ruhm seiner Siege zu verewigen. Er wurde nicht nur als der große Weltkönig geehrt, sondern auch als Herr der unsichtbaren Welt und Richter der Toten betrachtet. Und es wurde gelehrt, dass in der Welt der Geister alle vor seinem gefürchteten Gericht erscheinen mussten, um ihr Schicksal bestimmen zu lassen. Da der wahre Messias prophetisch mit dem Titel »Mensch, dessen Name der Zweig war« angekündigt war, wurde er nicht nur als der Zweig Kusch, sondern als der Zweig Gottes gefeiert, der gnädig der Erde zur Heilung all der Krankheiten gegeben wurde, deren Erbe das Fleisch ist. Dies ist die geheime Bedeutung des goldenen Zweiges, Vergils und des Mistelzweigs der Druiden. Der Beweis dafür muss in der Offenbarung der Vergangenheit überlassen bleiben. Ich darf jedoch nebenbei etwas bezüglich der weiten Verbreitung der Verehrung eines heiligen Zweiges anmerken. Nicht nur die Schwarzen in Afrika verwenden bei der Verehrung der Fetische zu gewissen Anlässen einen heiligen Zweig, sondern auch in Indien gibt es Spuren von derselben Praktik. Mein Bruder S. Hislop von Alexander Hislop, freikirchlicher Missionar in Nagpur, teilte mir mit, dass der letzte Raja von Nagpur jedes Jahr an einem bestimmten Tag feierlich den Zweig einer bestimmten Baumart namens Abtar anzubeten ging, Der zu diesem Zwecke gepflanzt worden war. Nachdem er göttliche Ehren empfangen hatte, wurde er ausgerissen und seine Blätter wurden von dem eingeborenen Prinzen an seine Adeligen verteilt. In den Straßen der Stadt wurden zahlreiche Zweige derselben Baumart verkauft und die Blätter unter dem Namen Sonar oder Gold, Freunden geschenkt. Der Autor fährt fort, er wurde in Babylon unter dem Namen El-Bar oder Gottsohn verehrt. Mit eben diesen Namen wird er von Berosos, dem chaldäischen Historiker, als Zweiter in der Liste der babylonischen Herrscher angeführt. Unter diesen Namen fand ihn Layard unter den Skulpturen Ninives, wobei dem Namen Bar, Sohn, das Zeichen vorangestellt war, das El-Gott bedeutet. Unter dem selben Namen fand ihn Sir H. Rawlinson, wobei die Namen Beltis und strahlender Bar direkt nebeneinander standen. Unter dem Namen Bar wurde er in Ägypten zur frühester Zeit angebetet, obwohl zu späteren Zeiten der Gott Bar im volkstümlichen Pantheon abgesetzt wurde, um einer anderen, beliebteren Gottheit Platz zu machen. Ovid bezeugte, dass er im heidnischen Rom selbst unter dem Namen des ewigen Knaben angebetet wurde. So wurde kühn und direkt ein rein sterblicher in Babylon als Gegensatz So wurde kühn und direkt ein rein sterblicher in Babylon erhoben als Gegensatz zu dem Sohn des Gesegneten. Und was finden wir in Rulers of Evil wieder? Eine Erklärung der Apotheosis, der Vergöttlichung George Washingtons im Fresco der Decke des Kapitols, welches ein Tempel von Jupiter ist. So lesen wir hier, so wurde kühn und direkt ein rein sterblicher in Babylon erhoben zum Gottesstatus. Es geht ja darum, aus dem gestorbenen Kind jetzt einen Gott zu machen. Tja, so langsam geht uns ein Lichtlein auf. Gell? So, das war jetzt die ziemlich, wie ich angekündigt habe, langwierige Lesung von diesen zwei Teilen in diesem zweiten Kapitel. Im zweiten Abschnitt, wir erinnern uns, es geht immer noch um in dem Kapitel Gegenstände der Verehrung. Nach Dreiheit in der Einheit, das war der erste Teil, haben wir jetzt besprochen Mutter und Kind, das Urmodell des Kindes mit all den Untertiteln das Kind in Assyrien oder Babylon, dann das Kind in Ägypten haben wir gesehen, wir haben das Kind in Griechenland gesehen, wir haben heute den Tod des Kindes und das Kind wird zum Gott erhoben besprochen und jetzt fehlt uns noch der Abschnitt Drei in diesem zweiten Kapitel, die Mutter des Kindes, da wird, schätze ich mal, vor allen Dingen auf Semiramis und so weiter und so weiter und so weiter eingegangen. Das werden wir dann nächstes Mal sehen und dann ist das Kapitel Zwei abgeschlossen. Ja, so langsam kommen wir weiter. Wir befinden uns im Augenblick auf Seite 73 und mir macht es Spaß, ich hoffe euch auch, ich lerne unglaublich viel und ich habe mich da wie gesagt die letzten Tage sehr, sehr rein vertieft, um das vorzubereiten. Ich hoffe, dass meine Lesung einigermaßen verständlich war. Ich kann euch nur den Tipp geben, ladet euch das Buch als PDF oder runter oder kauft es euch, kann man ja auch kaufen, das Buch, wenn ihr das lieber habt, ein gebundenes Exemplar in der Hand habt und lest mit mir mit, wenn ich das lese. Das hilft hier und da ganz sicher zum Verständnis. Also den letzten Teil des zweiten Kapitels, die Mutter und das Kind, Abschnitt 3, die Mutter des Kindes, das behandeln wir dann bei der nächsten Lesung. Inzwischen bedanke ich mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für die Kommentare, die ihr mir schickt und ich hoffe, dass ihr davon genossen habt und dass ihr genauso gebrannt seid darauf wie ich, um weiterzulesen. Nicht vergessen, studiert selber, glaubt mir nicht, glaubt dem Autor nicht. Was ihr glauben sollt, das kann ich euch sagen. Die Bibel, das einzig wahre, heute noch erhaltene Wort Gottes, zumindest dann, wenn ihr die König James Bibel von 1611 nehmt. Leider nur in Englisch. Das kann man glauben. Aber wie gesagt, wie ich in der Lesung gesagt habe, wenn ihr die Wahrheit kennt, dann könnt ihr auch die Lüge jedes Mal, jedes Mal ohne Problem aufdecken. Wenn man die Wahrheit nicht kennt, dann glaubt man die Lügen, die einem in diesem System erzählt werden. Ich kann doch nur einen gefälschten Fünfer, einen Heiermann oder wie auch immer, sagen wir jetzt mal so, ihr kennt ja vielleicht noch die frühere deutsche Fünfmark-Münze, die man Heiermann nannte. Ich kann doch nur die Fälschung erkennen, wenn ich das Original kenne. Ich kann die Lüge doch nur als Lüge entlarven, wenn ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Eine andere Wahrheit gibt es nicht. Alles andere ist Lüge. Wenn ihr also das Wort Gottes, die Bibel, nicht kennt, welche Chance habt ihr dann, die Lüge zu entdecken? Das war's von Jörg vom YouTube-Kanal Joggler 66. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch. Gott segne euch. Und ich bete dafür, dass ihr im Glauben erstarkt und bleibt in dem Glauben an den Gott von Abraham, Isaac und Jakob, dem Schöpfer dieser Erde und Jesus Christus, unserem Erlöser, der vor 2000 Jahren am Kreuz sein Leben dafür gab, dass wir unser sündiges Leben reinwaschen können in seinem Blut und dass wir seinem Königreich beitreten. Wie im Buch der Apostel bereits geschrieben steht, und täglich werden Seelen in das Königreich Gottes zugefügt. Das Königreich Gottes ist da. Es ist hier. Es ist spirituell. Es ist nicht sichtbar. Aber es ist da. Und er ist gestorben und hat sein Blut vergossen. Nicht, wie wir hier gelesen haben, Olenos, sondern Jesus Christus. Hat ein sündenfreies Leben geführt und ist auf diese Erde gekommen, um uns von unseren Sünden, die wir nicht helfen können, zu begehen, zu erlösen und uns ewiges Leben zu schenken. Da geht es drum. Wenn du Jesus noch nicht gefunden hast, bete dafür. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du glaubst dem Papst, der sagt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist gefährlich, oder du glaubst Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wem wollt ihr die Tür öffnen? Gott schütze euch und segne euch und behalte und bestärke euch in eurem Glauben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop von Jörg von YouTube Kanal Jogler 66 Hour of the Truth Tschüss Tschüss